Musik Guten Morgen! Wir sind heute auf dem Bärleinsparcours und werden Pfeile fliegen lassen. Viel Spaß damit! Musik 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 So, ein bisschen einschießen ist auch immer von Vorteil. Vor allem habe ich jetzt gemerkt, ich habe bestimmt das letzte Dreivierteljahr mit dem Recurve geschossen. Darüber habe ich auch schon ein Video gemacht, der Sammig. Und bin jetzt wieder beim Spyder, also bei meinem Langbogenhybriden. Ja, das ist schon eine kleine Ungewöhnung. Das wird spannend. Ich bin gespannt. Also dann, wir schießen uns noch ein bisschen ein und nehmen euch gleich mit zum ersten Ziel. Musik 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 Probiert es. Wunderhübsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Wunderhübsch. Untertitelung des ZDF, 2020 Wunderhübsch. 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 Jetzt ist das Krokodil. Jetzt ist das Krokodil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020